Im Allgemeinen bedeutet dieses Adjektiv teilnahmslos, abgestumpft oder gleichgültig und bezieht sich auf Personen, die ihrer Umwelt und anderen Menschen gegenüber gleichgültig und teilnahmslos sind. Im medizinischen Kontext meint dieses Wort einen Zustand, der meist aufgrund einer Demenz oder auch bedingt durch psychische Erkrankungen auftritt. Menschen, die apathisch sind, zeigen keine Leidenschaft, wirken ständig abwesend und sind unempfindlich gegenüber äußeren Reizen. Es ist das Wort apathisch. Apathisch. Apathisch.